Oh Gott, du siehst aus wie Elvis Presley. Ich bin Elvis Presley. Baby, ich mag Mädchen mit viel Make-up. Die Augen dramatisch geschwingt. Die Haare schwarz gefärbt und hoch tupiert. Ihr wisst doch, die beiden wichtigsten Ereignisse in der amerikanischen Geschichte sind die Geburt von Jesus und die Geburt von Elvis. Schaut euch diese Gürtelschnalle an. Yeah, baby! Mein Vorteil ist, die Hippies vertrauen mir, weil sie denken, ich gehöre nicht zum Establishment. Das könnte für ihren Drogenverheilzug doch nützlich sein, Mr. President. Jetzt bei mir auf den Kopf, Herr Töller. Der Mundverheil von Gott schwung! Komm, komm, komm komm! Komm, komm komm! Komm, komm komm! Komm, komm komm! Komm, 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 komm! Zum Glück, zum Glück, der Geschenk für die Hand. In der Präzion wird mehr AT&B All diese Aggravation ist identisch zufrieden. Ein bisschen mehr fire, ein bisschen mehr peur, ein bisschen mehr luckily, einfach nur... Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Untertitelung des ZDF, 2020